Alter ich schwör du rutsch auf den Boden rum du sitzt im Boden und rutschst du gerade aus rum ich schwör ich seh nix aus dem Baum jetzt ist mal ne Gruppen in Welt angenommen Warte 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 Ooooooh Ok Erstmal falsch fahren Daniel Ich sag doch der lenkt nicht alter Der lenkt erst ne halbe Stunde später Ja klar das alles was Die Reifen die bewegen sich Mann krass das hast du wieder für ein arabisches Karten drehen lassen Das war ja Re-import Re-import EU-K EU-Wiegel Ja hat doch einer geschrieben die sollten günstiger sein weil man mit denen so oft abstürzt Hehehe Wenn er Richtung Norden läuft Da steht am Flugzeug da ist einer Am Flugzeug oder was Wo Ihr da ist n' Trader aufpassen ne Oder So soll ich da Trader sein Ungefähr ich glaub hier oben ja ich glaub der Trader Ja Ja Was geht bei der radioaktiven Zone Ja das angeblich beste Loot überwesst Ah die Dinge sind so weit weg die Missions Ab nochmal Ja Ich hab dir draußen ein Gewehr hingelegt Gewehr Gewehr Brauchst du auch Sniper Visier Ich hab jetzt ein normales hingelegt So ein Rotpunkt Rotpunkt Perfekt Rotpunkt reicht Ich kauf ihm das Elkog Das normale Bin full Auto fährt her Ok verstecken verstecken Da ist die MK17 noch draußen Fährt ein Lader her Erster Hangar Zweiter Hangar Der fährt hier rein Crusher mach du dich bereit drin Ich geh hier in die erste Bracke Proletzter Hangar Der Hangar vor euch Kommt jetzt zu euch rein Ist voll schnell vorbei gefahren Wo ist der hin? Der parkt hinten an der letzten Crusher hast du Kontakt? Ist der nicht Der parkt hinter dem letzten Hinter dem großen Oder hinter dem letzten Barracke In der letzten Barracke Linke Seite Wir haben Zeit Wie viel waren drin? Ich hab's nicht gesehen Schüsse Nice Ich hab ein Ich hab linke Seite wenn er da vorbeikommt Kontakt Wo? Vorletzte Barracke Drinnen oder was? Draußen Biss auf mich Bin tot Da hat er auch Granate Wer hat eine Granate geschmissen? Ich Ich kann da halt nicht rein schießen Der lootet mich Der lootet mich Der lootet mich Letzte oder? Down Oder hast du denn alles? Alter Hier ist kein Spawnpunkt Ich weiß nicht ob da jetzt noch einer ist Romus Romus ist der nächste Spawnpunkt Ist ja eh klar Ja ansonsten fetzen wir dann gleich runter Ja Packen ein Zeug in den Lader Fuck man Ah sowas ärgert mich Ich hab nur einen bekommen Da sind sogar schon Sachen drin Wie ne? Uwe ich nehm mal Ding ins Mein anderes Scope rein Mein Reflex Und komm auch zu dir runter Jo Den müssen wir auf jeden Fall mit zum Handle nehmen Der Lader? Ja da ist schon ein bisschen Zeug Stuff drin Ich loot jetzt noch das Zeug Ich leg dich dann den Lader ein Und werfen wir jetzt einen Trailer fahren Ja Ich hab mich wieder Backpack Ich hab mich wieder Soll ich warten auf dich? Könntest du ja schon losfahren? Ja dann holst du mich eh gleich ein. Ich geh grad mal raus hier. Wir hatten die schierste Scheiße dazu gemacht. Das war ich. Das reicht Uwe, das reicht. Soll mal vielleicht. Jetzt ist es offen. Toll. Uwe läuft immer noch auf seinem Rucksack. Kein Plan, was da kaputt ist, oder? Vehicle Cargo, das Wallhack, ne? Ja. 3474. Oh, das sieht doch gut.